Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Bei mir ist jetzt schon eine ziemlich lange Zeit zwischen dem letzten und diesem Vlog vergangen. Ja, fühlt sich ein bisschen komisch an, jetzt wieder die Kamera zu halten. Das ist jetzt schon fast ein Monat her. Ich erzähle jetzt mal in einer Kurzform, was passiert ist. Der letzte Vlog kam von Fraser Island. Dann bin ich ja wieder in Brisbane gelandet. Bin dann noch eine Woche dort geblieben und dann bin ich mit dem Premiere-Bus war das glaube ich, mit Simon zusammen nach Byron Bay gefahren, weil wir dort Weihnachten verbringen wollten. Dann haben wir noch ein paar andere Leute getroffen und war ja echt eine ganz coole Zeit in Byron Bay. Mein Plan war es ja eigentlich dann Silvester auch in Byron Bay zu bleiben. Das hat aber nicht so gut funktioniert, weil man dort einfach alles dort einfach keine alles dort einfach keine Unterkunft mehr gab. Und dann bin ich mit drei anderen Leuten, die ich in Brisbane kennengelernt habe, die sich ein Auto gekauft haben, vom Byron Bay in den Süden gefahren. Das war auch echt eine coole Zeit. Da haben wir dann in einem Zelt geschlafen, da haben wir dann zum Beispiel am Strand geschlafen oder auch mitten im Wald. Im Wald zum Beispiel ist dann auch ein wildes Wallaby zu uns gekommen. Silvester sind wir dann in Sydney angekommen. Silvester in Sydney ist natürlich nochmal eine Sache für sich. Das sieht natürlich schon echt extrem geil aus. Jetzt nähern wir uns auch schon ein bisschen der Gegenwart. Ich bin jetzt schon fast zwei Wochen in Sydney. Heute geht es aber zu den Blue Mountains. Da freue ich mich schon drauf. Jetzt habe ich aber auch genug gelabert und jetzt fahren wir erstmal zu den Blue Mountains. Bis gleich. Bis dann! Bis dann! Bis dann! properly! los Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018